Ich muss hier auch schon wieder raus. Ja! Dieser Kill war so episch. So damn episch. Ich bin jetzt den Betrieb von einem der Ronins. Easy. Ey! Schnell! Lauf! Ja, was willst du jetzt, was ich vorhaben? Ja, du hast mir grad Ultra den Weg versperrt, deswegen. So. Sorry. Wenn ich das schon höre, kann ich wieder Krebs kriegen. Scheiß, verfickter Ronin. Ich helfe dir mal so ein bisschen. Wir müssen ja auch weg. Nein! Nein! Ich komme! Nein! Alter, der Haken war am Schiff. Bei mir auch. Bei mir auch. Bist du auch einfach abgefallen? Ja, genau. Ich bin einfach an der Wand hängen geblieben. Er hat sich an der Wand festgehalten. Und dann ist das Schiff abgehoben. Bei mir fast so. Ich hatte das Schiff so geflogen. Ich hab meinen Haken dran.